Sozialstunden für den Weltmeister. BVB verdonnerte Top-Telns zu Strafe. Dortmund, ob ihn diese und jene Maßregel geerdet hat? Wie eben diese Darstellung berichtet, hat Borussia Dortmunds eigenwilliger Nachwuchsstar Paris-Brunner, 18, eine besondere Strafmaßnahme von seinem Klub aufgedrückt bekommen. Hoppla! Was macht ein frischgebackener deutscher U-17-Gewinner der Weltmeisterschaft in einer Dortmunder Kita? Genau, der, die das ihm gehörende Sozialstunden ableisten. Zu dieser Strafe verdonnerte der BVB, der, die das seien ich je nach Wuchs-Juwel Paris-Brunner in Folge wiederholte Disziplinlosigkeiten. Unter anderem ist eben dieser Vortrag von einer, zu, wilden Party-Atomar-Fremdenhaus, in der eben diese Party-Gestival-Brunner-Bruchstückhaft eben diese Implementation zertrümmerten. Die harte Konsequenz, Dortmunds U-19 verzichtete in dem Herbst 2023 freiwillig auf seinen vielleicht wichtigster Spieler, Brunner war beurlaubt und wurde den doch aufgeheißtes Deutscher Fußballbund begnadigt. Dort spielten Brunner und eben diese deutsche U-17 schwerwiegend auf, hinter seiner Wiederauflebung schaffte es der Angreifer selbst eines Tages in den Bundesliga-Kader vor Weihnachten. Die U-17-WM in Indonesien stand vor der Tür. Doch in dem Januar folgte der nächste Tabubruch Brunners, der damals 17-jährige Büchste in dem Trainingslager in Mabea aus dem Teamhotel aus. Seitdem fand der egozentrische Brunner unter den Dortmunder Profis keine Berücksichtigung mehr. Bei der U-19 läuft es für den heute Volljährigen in des Rund, im Jahr 2024 erzielte er halbes Dutzend Tore und drei Assists in Abseinspielen. Vielleicht haben eben diese Sozialstunden in der Kita ja doch welches gebracht, der Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Gold soll sich sehr wohl gefühlt haben und weiterhin ein mit Lust und Liebe gesehener Gast in der Implementation der D-Das sei nicht eh.